Hallo liebe Abgefahrenleser, ihr seht hier mein iPhone, die TZ-Tankstation und den TZ-Flip. Dazu gesellt sich ein Neuankömmling und zwar der TZ-Schlinge. Verrückter Name, aber das Teil kann was. Okay, wir müssen zugeben, es ist nur ein einfaches Lightning-Kabel. Das ist allerdings wirklich toll verpackt. Man kann ihn einfach aus der Schlinge befreien, den TZ-Schlinge, und dann an den USB-Port seiner Wahl anschließen. Und sollte dieser USB-Port aus irgendwelchen Gründen mal verkehrt herum sein, kein Problem, man dreht einfach den Schlingel um, denn der USB-Anschluss ist ähnlich wie ihr es vom Lightning-Kabel kennt, beidseitig verwendbar. Und wenn ihr fertig seid, einfach wieder zusammenpacken. Hier sehen wir den kleinen Freund nochmal im Detail. Ja, alles bestens. Es könnte allerdings ein bisschen hochwertiger sein. Plastik dominiert hier das Geschehen. Aufgeklappt sieht das Ganze dann so aus. Ihr seht rechts den beidseitig verwendbaren USB-Anschluss. Der hat sich schon beim TZ-Flip bewährt. Und wie gesagt, einfach zusammenstecken, einmal ziehen und der TZ-Schlingel ist schlingelbereit. Eines kann er allerdings besonders gut, und das wollen wir euch natürlich auch nochmal zeigen, Geräte laden. Hier mein iPhone angeschlossen am MacBook. Man könnte sich wieder entscheiden, soll das Kabel nach vorne, nach hinten zeigen, anschließen, er wird geladen, passt, läuft, was will man mehr. 25 Euro ist allerdings eine Ansage. Ich bin mir sicher, 5 Euro weniger hätten Equinux auch nicht geschadet.